Und damit haben wir auch schon, so wie es aussieht, das Pferdchen hier auf Maximum. Ich klicke jetzt auf mal auf Create. Ähm, hab jetzt ein War Horse und irgendwie immer noch das Teil hier drin. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch mit Trainieren was zu tun hat, wenn es schon ein War Horse hat. Äh, Qualität ist nur noch 18. Äh, okay. Cool. Ähm, verwirrt. Ich will da vielleicht Fisch haben. Schmeckt doch bestimmt auch. Essen kann ich in Ruhe auch nicht. Okay, ich bin ja auch nicht Gollum. Ja, ob was noch passiert oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man da nicht animiert da ein Pferd herumlaufen sieht. So. Äh, ist das eine richtig lange Angel, ne? Wahnsinn. So, ich hab mir überlegt. Zack. Und jetzt hängt er wieder. So weit ich runterspringe und, äh... Ja, naja, gut. Ähm... Braucht eigentlich nicht viel machen. Zack. Kommt, irgendwie so ein Blödsinn. Ähm... Ich werd die Dinger jetzt hier mal leer machen. Denn das Blubbern geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Ich hab jetzt genug... ...an Leder, denke ich mal. Ah, genießt die Ruhe. Herrlich. Ah, ist sogar richtige Tasche geraten. So, ich wollte nämlich noch gucken, bei den ganzen Häusern, was man so bauen kann. Bei einer Küche ist ja klar, da kann man ja wahnsinnig viele Essenssachen haben. Bei der Schmiede hab ich auch schon alles durchgehabt. Beim Tischler... Man soll ja mehr machen können immer, als, ähm... ...das Tool hergibt. So, das möchte ich gern auch gucken. Ähm... So gar nicht. Da war jetzt nichts Neues dabei. Das ist jetzt echt enttäuschend. Okay, nächstes Haus. Die Säge kann man auch noch nichts auswählen. Die ist immer noch außer Betrieb. Die... Die Fackel ist ja immer noch an. Okay. Können wir ja auch mal anmachen. Schadet ja nicht. Sieht in der Nacht, deswegen sieht es hier viel netter aus. Eigentlich müssten wir noch mehr so eine Teile ver... ...teilen hier, verbreiten, wie auch immer. Mix ein Cocktail. Achso, ja. Auch eher uninteressant. Was haben wir hier nochmal? Entweder Drill oder... ...ein Mentor. Mentor ist leer. Also okay, okay. Hm. Ich habe was gelernt für diesen Tag. Schön. Ach ja, wir haben ja hier noch... ...hatten wir da noch irgendwas anderes, was wir nicht wussten, wofür es ist. Dies hier, ne? Small Warface Kid. Small Warface Kid. Small Warface Kid. Das ist bestimmt auch noch nicht wirklich implementiert oder für irgendwas zu gebrauchen. Richtig. Sagt zum Beispiel Vicky. Gucken wir mal nach Pferdchen. Qualität ist nicht gestiegen, gar nichts. Also ich denke, das war's auch schon. Befürchte ich zumindest. Hoppla. Wir reiten im Kreis. Hol-la-i. Hol-la-ho. So, ist gut. Na. Zwei Pferde bereitstehend. Für, dann können wir sie ja nicht. Jetzt kann man auch nichts machen. Leider funktioniert das alles noch nicht, was ich euch gerne hätte zeigen wollen. Wie lange man auch immer darauf warten muss, bis das funktioniert, keine Ahnung. Ja, das bedeutet... ...ist das vorletzte Let's Play, würde ich sagen. Was ich als superletzten Gau oder so mache, das weiß ich leider noch nicht. Ich schätze mal, dass es irgendwas mit dem X-Helon sein könnte. Dass er nochmal seine Meinung gibt. Wir über die Stadt nochmal reden. Wahnsinn Arbeit hier reingesteckt. Das ist echt irre. Wir können uns ja das nochmal von oben angucken. Dafür dient der Turm ja hier so wunderbar. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wo war denn jetzt hier nochmal die Treppe? Ach, da, gerade durch. Jetzt muss man hier aufpassen, nicht runter zu fallen. Könnte nämlich echt Aua sein. Oh, Gottes Willen. Wie viele Treppen denn noch? Ah, okay, gut. Da hinten ist der Berg. Da unten ist das alles wunderschön klein und süß. Zu der Seite auch, die ganzen Häuser. Da ist der hintere Ausgang. Ach ja, das war ein Haufen Arbeit, Leute. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oh, mir fällt auf, hier oben wäre eine Bank nicht schlecht. Aber ich kann hier nichts bauen. Und die bis nach ganz oben schleppen. Das ist echt ein bisschen mühselig. Irgendein Kommando geben. Ach ja. Leute, das war echt geil. Ich nehme mal in die Fucke wieder aus. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, brennt man oder so. Tja, zum Schluss nochmal schön hier mit Klamotten, mit guten Stiefeln. Ich weiß auch nicht, was ich noch wirklich sagen soll. Es ist echt Wahnsinn. Und ich freue mich auch auf weitere Spiele. Aber irgendwie ist das jetzt offiziell das erste Let's Play. Also das allererste Spiel, was ich das beende. Fast. Also eine Folge kommt auf jeden Fall noch mit dem Exciter. Und dann heißt es Tjao. Über 70 Folgen. Wahnsinn. Ja, also ich werde dann jetzt auch aufhören. Wenn ihr die anderen Spiele sehen wollt von mir, einfach mal auf meinen Kanal gehen. Wenn ihr euch das gefallen hat und ihr noch mehr irgendwelche komischen Sachen von mir sehen wollt, ihr werdet noch vieles, sehr vieles bei mir sehen. Ich werde versuchen täglich weiterhin Videos, also Let's Plays und so weiter und Tipps und Tricks und so. Auch von Guild Wars 2 und viele andere Sachen. Ich habe echt viele Spiele in petto, die ich alle noch spielen möchte und auch Let's Playen werde. Also es wird immer wieder was Neues geben. Lang- und kurzzeitige Let's Plays. Einfach mal ein Like, Kommentar immer wieder. Ich liebe es auch gerne, Kommentare zu lesen und zu antworten. Also ich nehme mir wirklich Zeit für euch und freue mich auch über Abos wahnsinnig. Das gibt mir die Bestätigung halt, wie vielen anderen YouTubern, dass der Kanal gern gesehen wird, dass es einem gefällt und dass er noch mehr sehen möchte. Also wie gesagt, lasst ein Abo da, Likes, Kommentare, Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schießt los, schreibt einfach rein. Ich lese mir wirklich alles durch, denke auch drüber nach und werde dann sicherlich auch antworten. Ja. Alles gesagt, was ich sagen wollte. Dann macht's gut. Bis zur nächsten und letzten Folge dann von Life is Joodle vermutlich. Tschüss. Tschüss.